guten morgen liebe leute willkommen zurück zu einer neuen aufnahme und neuem glück erst mal strecken so mal gucken was sagt denn der wahrsager haben wir wirklich so schönes glück okay nein wir haben kein glück schade so feuer kommt feuer lassen wir mal an wir hören schon es regnet draußen musste mal sein schön wir brauchen nicht zu gießen was machen wir heute steine sammeln holz sammeln wir könnten eigentlich mal ein bisschen platz machen hier in die stadt müssten wir eigentlich auch noch und in die mine können wir eigentlich auch mal wir können so vieles machen na komm geht doch ich habe irgendwie ich glaube ich habe ein bisschen zu viel sonne abgekriegt ich habe einen leicht rötlichen teint haben wir hier wir müssen noch neun leute müssen wir noch kennen lernen kultivate and harvest a parsnip machen wir gerade alles klar wir könnten mal zum schmied das könnte man machen für 500 gold kriegen wir bestimmt auch noch ein paar paar seeds die wir noch einpflanzen können schmied 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 wer bist du denn shane regen macht ihn durstig alles klar da ist nix wir sind der nachbarschaftsmüllwühler das war glaube ich die putze vom bürgermeister oder da wollten wir aber nicht hin da unten ging es glaube ich zum strand sieht aus wie eine bibliothek das sieht gut aus waren wir hier schon weiß ich gar nicht ich glaube wir haben wir schon wobei warte mal nein das lassen wir lieber das glück ist uns heute ja nicht folgt wurde uns mitgeteilt wir sind nicht genug befreundet mit client alles klar was kann man bei dem so kaufen jetzt okay toll die würde ich ehrlich gesagt eigentlich lieber sammeln warum willst du im müll weiß ich auch nicht okay wir sollten das also schon mal nicht machen wenn uns dabei einer beobachtet friedhof unsere geliebte mona was steht hier ich glaube den hat man schon mal gelesen ja ich glaube die haben wir schon mal durchforstet was sind das denn für geräusche hier nein hier nein schade was bist du gar nichts ne möwe flugratte auch genannt angeln könnten wir eigentlich auch mal wieder haben wir sogar dabei super ach ja okay alles klar das sollte ich noch mal üben und na fast na komm weiss an na los ha 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 Ah. Oh man. Das muss ich echt noch üben. So ein lahmarsch Fisch. Und nicht mehr den kriege ich. Ja, so kann es bleiben. So ist gut. Das ist fein. Perfekt. Geil. Eine Sardine. To the max. Heißt das nicht eigentlich immer, bei Regen beißen die Fische am besten? Oh, ich meine, ein guter Kollege hätte mir das mal erzählt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na komm, komm. Das gibt es doch nicht. Also jeder, der sich darüber beschwert, dass Zombiesich eine Mod dafür installiert. ich kann verstehen warum komm 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 ey das ist echt ja super wie soll man das denn machen so jetzt aber na na komm schon nein das gibt es doch nicht also mit festhalten geht es zumindest schon mal ein bisschen besser als mit klicken na komm ich bin schon ganz nass hier letzter versuch ja komm 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 nein 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 wir hatten das fast wir hatten das fast jetzt komm schon das gibt es doch nicht na los 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 immer kurz vorher ne komm schon geht doch nur Sardinen ein Inch Arschlecken Arschlecken komm ich mal da übe ich wann anders weiter warte mal hatten wir nicht können wir nicht irgendwie was skillen nein nicht die Karte Social Skills Achso können wir nicht selber skillen alles klar können wir schon irgendwas basteln mit Truhe Gate Woods Fence braucht nur Wood ok Torch Wood und Zap könnte man mal machen Cobblestone Pass Campfire Stone Wood und Fiber ok habe ich glaube ich alles noch nicht 3.20 Uhr wir sollten uns vielleicht noch ein paar Seeds holen wo war das nochmal ah ah close on Wednesdays alles klar super Sonntag hat der Bürgermeister Geburtstag help wanted nothing is posted today toll was ist das komm lass lass mich doch gucken hä nein bis 3 Uhr ich weiß es nicht ach komm wir gehen nach hause und machen noch ein bisschen Platz bisschen Holz und Steine sammeln wäre glaube ich eine ganz gute Idee ok ja genau können wir nicht so ja genau können wir nicht so so ab zur Gäste so zack 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 die brauchen wir jetzt gerade auch nicht ganz wie Fiber toll so so den hier noch ein bisschen da ein Frosch Froschschenkel Froschschenkel weg na gut machen wir jetzt mal ein paar große Bäume würden die eigentlich wieder von neuem wachsen wenn ich die Baumstimme stehen lasse so hm könnte fast ein Lied werden so so ähm was hatten wir hier jetzt nochmal Crafting davon können wir eigentlich ruhig mal welche hinstellen machen wir da eine und da eine und hier eine eine Vielen Dank.